Ah, der rennt jetzt wie vom bösen Schwein gebissen. Kann ich das auch so elegant machen? Ja, geht doch. Der rennt so ein bisschen immer wieder zackig. Man wird schon wissen warum. Folgen wir ihm. Das war wohl das Auto. Ich kann mich noch erinnern, dass man dem einfach nachrennen musste, weil der irrsinnig schnell dann weg ist. Wenn man den eine Sekunde lang nicht verfolgt, ist er gleich und davon. Also. Das Ganze nochmal. So, und den Typen da vorne. Den muss man sich jetzt recht zügig holen. Und zwar von den Autos wegbleiben. Genau, so. Darüber ist er gelaufen. Jetzt gibt's auch was. Jawohl. Erwischt. Terroristen-Buck. Na ja, na ja, eine Trappe kann wenigstens nicht explodieren. Sehen Sie es einmal von der Seite. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, wow. Ey. Also mit einer richtig geilen 5.1er Heimkinoanlage kommt da sowas von geil rüber. Echt, wie wenn der Blitz durch den Raum zuckendet. Genial. Mission Donnerlauf. Ja, also. Jetzt ist es wieder ganz gut gegangen. Zuerst habe ich, glaube ich, in den einen Level, da war es wirklich ein bisschen buggy, die Geschichte. Aber was soll's. Man kann es durchspielen und es macht trotzdem Spaß. Vor 10 Stunden 80.000 Tote. Explosionsort war die Euronext-Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleich in New York passiert. Wer, glauben Sie, hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn. Und dann? Hätten Sie sich trotzdem geschehen lassen? Sergeant, denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Nicht Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3, Teil der Charlie-Kompanie, erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kam, um uns zu holen. Miller, weg mit dem Dino, wir müssen los. Miller, lass den Scheiß. Ah, wir sind jetzt offenbar Miller. Ah, diese Panzer. Hoffentlich muss ich hier nicht Panzer fahren. Oh ja, ich muss Panzer fahren. Oh, Kacke. Das ist gar nicht so meins. Noch fährt das Ding von alleine. Einsatz Ziel Alter. Oder wie es bei uns heißt, Alter. Mensch, Alter. Also, machen wir uns aufs Einsatz Ziel Alter. Da ist. Was denn? Dann sind wir in den 21ern aus. Alte Raketentechnik. Nichts im Krasse, aber mit etwas Glück können Sie den Tag versauen. Alle Kennungen. Hier ist Führung in die Insel. Kundschaft im Bericht von Kira-Pfandstatt voraus. Deshalb sind wir hier. Miller, dürft du mich? Auf Station. Verstanden. Auf Station. Okay, jetzt muss ich fangen. Alles lenken und mit R durch die Kanone bewegen. Oh, oh, da vorne geht es ja schon einmal ordentlich zur Sache. Oh, oh. Wie kann man da schnell zoomen? Ah, so zoomen, so schiesst man. Und scannen und identifizieren. Mal ein bisschen bewegen und feier. Die sind gut ausgebildet. Die tanzen nicht aus der Reihe. Feier. Vorhalten muss man da sicherlich ein bisschen. Feier, genau. Schön am Vorhaltewinkel. Oh, shit. Erwischt. Erwischt. Feier. Erwischt. 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 Ziele zerstört. Erwischt. Gern und angreifen. Ziel. Identifiziere letzten Panzer. Feuer. Oh. Ha. Ziel zerstört. Erwischt. 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 Ja, aber da. Identifiziere Panzer vor euch. Oh, das war jetzt einer für uns. Ziele zerstören. Verstanden? NW3-Eis. Wir sehen über Thermobild feindliche E-Signaturen. Hast du früher erwischt? Termalsicht einschalten. Minder, wechsel zur Termalsicht. Wie mache ich das wieder? Nach R. NW3-Eis. Streitschutz. Streitschutz. Und hier sieht alles okay aus. Oh. Ach, hier. Ich wünsche euch einen beschissenen Tag. So. Müssen wir wieder die Kanone ausrichten? Passt. Aber verstanden, 3-1. Weiter zum nächsten Kontrollpunkt. Meldet euch dann. Aus. Oben auf dem Kamm. NW3-3. Over. Oh. Oh. Das rief. Sehr. Feindliche Sorge. Alle Anvil Station. Halt. 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 Linienformation. Ich wiederhole Linienformation. Wartet auf weitere Befehle. Auf. Alle Anvil Einheit. Hier ist Zuber 1-1. Kreisen jetzt über euch und stellen Drohnenübertragung durch. Geh auf MEF Übertragung. MEF ist mobil. MEF. Mobile Air Vehicle oder was? Anvil 3-1. Die Raketenbatterie ist euer Primärziel. Luftnahunterstützung auf Station. Verstanden, Führung Anvil. Halten uns bereit für Bombardierung. Was für ein beschissener Bienenstock. Das funktioniert jetzt so. Okay, Minder. Markier das Ziel. Anvil 3-1. Wir markieren eure Stelle. Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da. Achtung. Los geht's. Super 1-1. Bulldog 3-3. Einsatz abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Wir ziehen jetzt an. Oh, das war ja total daneben. Das war ja total daneben, Freunde. Verstanden, ich will U-334 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen. Führung Enwe muss sich eventuell darum kümmern und die BDM-Stellung angreifen. Out. Lade Huit! Na klar. Na klar. Na schön. Weil die Vögel nicht getroffen haben mit ihrem Flugzeug. Dürfen wir jetzt wieder den Rest erledigen. Oh, genau. Au, 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 au. Stehen unter Verschuss! Das ist ja noch zickzack. Guck mal, da wir sind. Weiter, Miller. Nicht still bleiben. Oh. Schnell. Ich bleib nicht stehen. Führung Enwe, den Herrn in die Erdwahl. Verstanden. Alle Kennungen setzen Angriff auf das Lager fort. Da, Nordseite. Vorwärts. Truppen. Tun M.G. 75. Enwe 3-3. Verfolgen feindliche Läufer. Da gibt's ohne Knarre auch. Sehr gut. Die Arme wird mit als Schuss . Mein wird mit demotauern getrennt. Das ist eine Ver Kil乐. . So... Ah, Junge, Junge, Mann. Panzer fahren bin ich kein Held, absolut nicht. So... Okay, Mellera, Kistenbatterien voraus. Schalt die Batterien aus. Sie ist verstört! Sekundärdraht! Rohrfurtapsel schalte! Let's talk about the other. Okay. Let's talk about the other one. Na gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Was ist das für uns? Eine Staubwolke. Okay.